Hallo und herzlich willkommen zu einem... Hey Gordon, hast du mal einen Drehplan für mich? Ah Mist, Drehplan nicht verteilt. Kommt gleich. So, schnell hier rauf kopiert. Fertig. Danke. Also, herzlich willkommen zu unserem neuen... Das Hintergrundvideo für den Fernseher. Ach, das Video? Oh, vergessen. Bald keine USB-Sticks mehr. Kommt gleich. Also, herzlich willkommen zu einer... Ja? Skript? Unterwegs? Nee, also jetzt tut's mir wirklich zu blöd. Hey, eine Frage. Hast du schon mal mit der Nass versucht, das Ganze aufzuteilen? Nass? Lass uns mal drüber reden. Jetzt aber. Herzlich willkommen zu unserem Fritz Talk rund um das Thema Nass. Und da habe ich einen echten Experten im Studio, nämlich Major Tech. Und bevor wir mal erklären, was Nass heißt. Wie bist du denn zum Major gekommen? Ja, also ich heiße Yorma. Und wenn man die Buchstaben so ein bisschen umdreht, dann kommt dabei Major raus. Und so ist das dann irgendwie auch entstanden. Das war einfach. Nass eigentlich auch ganz einfach. Network Attached Storage. Aber was ist das eigentlich? Und wofür braucht man das, Yorma? Also ich nutze es eigentlich immer, um meine Videodateien, da ich ja viel YouTube mache, untereinander auszutauschen. Also von Windows Rechner auf Mac Rechner und so weiter. Finde ich einfach deutlich einfacher, als wenn, so wie du eben, mit dem USB-Stick hin und her gelaufen bist. So geht das auf jeden Fall deutlich leichter. Also kein Tonschuh-Netz. Und was mache ich jetzt mit dem, um da eine Nass draus zu machen? Genau. Wir brauchen einmal ein Festplatten-Medium oder halt ein USB-Medium. Und dann schließen wir das Ganze einfach an die Fritz Box an, per USB. Genau. Dafür haben wir die Fritz Boxen ja je nach Modell ein oder zwei USB-Anschlüsse. Und keine Sorge, ihr könnt mit dem USB-Hub auch jederzeit bei einem Anschluss bis zu viel Geräte anschließen. Und dann nehmen wir zum Beispiel die Festplatte und können die einfach anschließen. Genau. Dann nehme ich die jetzt einfach mal mit und dann gehen wir hinten zur Fritz Box. Oh, dann schließen wir die mal an jetzt hier, oder? Ich habe eine Frage noch. Und zwar, braucht man eine externe Stromversorgung für die Festplatte oder ist das vollkommen ausreichend? Das hängt davon ab, was du für eine Festplatte hast und was für eine Fritz Box. Weil die ältere Modelle, die haben ja noch USB 2 und ältere Festplatten, die auch so einen Motor haben, zum Anlaufen brauchten die teilweise mehr Strom, was USB 2 liefert, da einen aktiven Hub nehmen. Hier 75,90 haben wir USB 3, der bringt allemal genug Strom. Dann würde ich sagen, schließen wir das hier doch einfach einmal an. So, das ist geschehen. Und dann gucken wir uns mal, wie das funktioniert. Genau. So, angeschlossen haben wir sie. Schauen wir mal, da taucht sie auch auf. USB-Speicher. Kann ich mal direkt draufklicken. Und da sehen wir, der externe Speicher ist angeschlossen. Die USB 3-Platte läuft. Ich sehe gerade, hier steht noch USB 2.0 beim Anschluss. Genau. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. USB 2, da reicht ja mitunter auch der Strom nicht. Die 75,90 hat ja USB 3. Aber wenn ihr die volle Leistung nicht braucht, dann kann man hier diesen Green Mode aktivieren. Okay. Dass auch ein bisschen weniger Strom verbraucht wird. Ja. Wir machen jetzt hier natürlich mal volle Power. Natürlich. Festplatte. Da macht das schon Sinn. Bietet sich das an. Jetzt ist sie voll einsatzbereit. Aber wie kann ich jetzt darauf zugreifen? Wie funktioniert das jetzt? Ich mache das ganz gerne direkt über die Fritzbox-Oberfläche. Da finden wir hier oben Fritz-Nas. Einfach aufgeklickt. Hier sehe ich jetzt alle Ordner, die auch auf der Fritzbox intern abgelegt sind. Aber hier mit dem USB-Zeichen auch die Festplatte. Und hier kann ich jetzt eigentlich alles machen. Ich kann durch die Ordner navigieren. Man kann sortieren. Man kann suchen. Also zum Beispiel nach Filmen gucken, nach Bildern oder eben nach einer bestimmten Datei. Und auch Dateien unbedingt kopieren. Alles machen. Machst du das in deinem Netzwerk dann auch mit der Fritz-Nas-Oberfläche? Ich mache es bei mir direkt im Explorer. So kann ich dann einfacher nochmal auf das Datei-System zugreifen. Einfach simpler. Klingt schneller. Was muss man dafür machen? Da müsstest du mir jetzt erstmal einen Nutzer einrichten. Ah, ich muss ja erstmal erlauben, dass du das darfst. Genau. Okay. Dann gehen wir mal auf die Fritzbox. Erstmal generell diesen Zugriff zulassen. Dafür gibt es hier diesen Haken Zugriff über ein Netzlaufwerk. SMB für die Experten übrigens. Wir unterstützen derzeit SMB1. SMB3, aktuelle Version, wird natürlich per Update auch kommen. Jetzt ist erstmal generell der Zugriff per SMB erlaubt. Jetzt brauchst du noch einen Benutzer. Genau. Also. Noch ist keiner eingerichtet. Fügen wir einen neuen hinzu. Und zwar nehmen wir den Jorma. Und Kennwort nehmen wir mal Major. Sicher soll es sein. 6, 7, 1. Sicherheit ist immer wichtig. Mittel aber reicht. So. Zugang zum NAS muss natürlich erlaubt werden, dass du dann auch auf den Netzwerkspeicher zugreifen darfst. Das wäre ganz gut. Wir können jetzt einrichten, welche Verzeichnisse lesen oder schreiben. Ich vertraue dir blind. Du darfst auf alles zugreifen. Und übernehme das Ganze. Und jetzt sind wir dran. Jetzt geht es hier weiter. Ich bin jetzt hier schon im Explorer und drücke jetzt hier oben einfach mal rein. Backslash Backslash Fritz Punkt Box. Ich habe jetzt hier die Anmeldemaske. Daher melde ich mich jetzt hier einfach mal mit Benutzerdaten an. Die, die ich gerade in der Fritzbox eingerichtet habe. Genau. Und? Und dann habe ich jetzt hier auch schon die NAS und dementsprechend auch das ganze Dateisystem und kann auf die einzelnen Ordner zugreifen. Und wenn du jetzt auf einen Ordner häufig zugreifen musst, musst du dann jedes Mal den gleichen Weg wieder gehen? Ne, ich könnte den jetzt auch einfach als Netzlaufwerk verbinden. Dazu einfach unten nochmal hier auf dieser PC. Und dann kann ich hier oben auf Computer und dann hier einfach rauf gehen. Und dann kann ich hier den Ordnerfall einwählen. Jetzt kannst du ja in deinem Netz auf die Dateien zugreifen mit allen Rechnern. Musst du denn deine Videos auch manchmal extern irgendwie? Ja, das kommt auf jeden Fall hin und wieder vor. Aber da gibt es auch die Möglichkeit, dass ich dann die entsprechende Datei auch freigeben kann. Also mit einem speziellen Link. Das können wir uns ja mal angucken. Das geht nämlich wieder direkt auf der Fritz-Nas-Oberfläche. Nehmen wir mal hier den Dokumente-Ordner. Ich muss hier oben auswählen, aktivieren. Dann setze ich da den Haken davor. Jetzt geben wir ihn frei, oder? Genau. So. Das ist dann ein Link, den ihr per Mail verschicken könnt. Und man kann sogar noch Gültigkeiten einschränken. Machst du das auch? Ab und zu ja, aber meistens eigentlich nicht. Ich bin auch ein bisschen vorsichtiger. Ich würde dann jetzt zum Beispiel sagen, zwei Tage und darf genau einmal runtergeladen werden, zugegriffen werden. Und dann ist das freigegeben. Apropos Freigabe, jetzt haben wir die ganze Zeit mit Rechnern darauf zugegriffen. Wir haben ja auch durchaus Medien drauf und die kann man auch mit anderen Geräten nutzen. Zum Beispiel mit dem Fernseher. Ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt an. Gehen wir mal ins Wohnzimmer. Tja, jetzt sitzen wir hier in unserem Wohnzimmer und auf der Festplatte, da sind ja allerlei Videos, Bilder drauf. Genau. Und die kann man jetzt auch im Fernsehen gucken. Die könnte ich mir jetzt hier auch direkt anschauen und ich greife jetzt hier einfach mal auf die Nass zu. Das ist hier. Und dann... Vielleicht ganz kurz der Mediaserver. Hast du den jetzt gerade erst noch gesucht oder... Ne, ich bin einfach auf das Menü gegangen und sozusagen wo die Eingabe stattfinden soll und habe das ausgewählt. Der wird also vollautomatisch angezeigt am Fernseher. Genau, genau. Gehen wir einfach auf Filme und dann hier auf alle Filme und schauen wir mal, was haben wir denn hier Schönes. Ich würde sagen, gucken wir einfach mal den Fritz Talk uns an. Oh, da haben wir gar nichts mehr zu tun jetzt. Genau. Da können wir uns direkt die Videos anschauen. Also Medien können wir direkt im Heimnetz über den Medienserver streamen, der ja in der Box automatisch läuft. Das einzige, was jetzt eigentlich noch fehlt, ist der Zugriff... Von unterwegs. Von unterwegs mit dem Handy. Und auch das geht mit unserer MyFritz App. Das zeige ich euch auch mal. So, ich starte jetzt hier mal die MyFritz App. Nutzt du die eigentlich auch? Ehrlich gesagt jetzt noch nicht so oft, aber die ist ja glaube ich ganz praktisch, oder? Die ist ganz praktisch und vom Ratzplatz eingerichtet, weil momentan ist noch gar nichts eingerichtet. Deswegen fragt sie mich jetzt auch direkt nach dem Kennwort zu dieser Box. Das muss ich dann genau einmal eingeben und ich hoffe, dass ich mich jetzt hier nicht vertippe. Und jetzt wird die Verbindung hergestellt. Jetzt kommt noch eine Frage, ob ich das von unterwegs nutzen möchte. Klar, würde ich natürlich, weil ich würde auch von unterwegs darauf zugreifen. Und das war es auch schon. Jetzt kann ich praktisch im Heimnetz mit dem Handy ganz einfach auf den Naschspeicher zugreifen, aber eben auch von unterwegs. Und was ganz cool ist, wenn ich zum Beispiel unterwegs mal ein schickes Foto schicke, schieße, dann kann ich das direkt hier hochladen, sodass es dann auch gleich im Netzwerk verfügbar ist. Und wir können es dann auch direkt am Fernseher anschauen. Genau. Jetzt haben wir eigentlich alles eingerichtet. Die Notebooks sind verbunden. Auf dem Fernseher läuft es. Ich kann sogar von unterwegs drauf zugreifen. Also unser FritzNAS ist fertig. Aber eine Frage hätte ich jetzt zum Abschluss noch. Und zwar, wie sieht es denn jetzt mit externen NAS-Systemen aus? Einbinden von externen Geräten. Also die gibt es natürlich auch als einzelne Geräte. Die kosten noch eine ganze Ecke mehr, sind auch deutlich komplexer, bieten mehr Möglichkeiten. Deswegen kommt auch immer wieder mal die Frage, ob man die nicht in diese FritzNAS-Lösung direkt einbinden kann. Das geht leider nicht, weil die ein komplett eigenes Rechte-System haben. Die müssen also schon separat betrieben werden. Aber das geht natürlich wunderbar parallel auch zu unserer Lösung. Was nutzt du denn? Ich nutze auch die Lösung mit der FritzBox. Also ich habe kein externes NAS-System oder so. Ich nutze es auch so, wie es da ist. Also im Prinzip kann jeder selbst entscheiden, ob er so ein Gerät zusätzlich braucht oder nicht. Das Schöne bei der FritzBox, wenn ihr einen USB-Speicher habt, Stick oder Festplatte einfach anschließen. Kann man ja sofort nutzen. Geht super simpel. Habt ihr ja gesehen. Kann einfach mal ausprobieren. Das war ein schönes letzte Wort. Und ich denke, dann machen wir hier auch einfach den Schlussstrich. Wenn ihr noch Fragen zum Thema FritzNAS habt, wie immer, schreibt sie uns unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, denkt an den Daumen und das Abo und die Glocke. Wir machen noch unser Foto. Genau. Major Tech. Jorma, toll, dass du da warst. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann verewigen wir uns mal an unserer FritzTalk-Wand. Ja.